Hallo und herzlich willkommen zu einer Werteilerin der Fortnite Battle Royale, heute mal im Squat und ja, die Runde war echt interessant, fand ich schon sehr spannend und intensiv, ja und dann viel Spaß und let's go! Konkurrent, klasse du, nein. Elton kommt noch einer. Oh mein Gott. Komm Julian! Was, wo? Mir. Oh, ich hab' einen Revolver jetzt kassiert. Ja, ja, ich steh' hinter einer Wand und er gibt einen Revolver jetzt. Hab' ihn, oh mein Gott. Von der Seite? Von der Seite mal wieder, ey. Finde ich ein, finde ich ihn wenigstens. Ich hab' ihn. Miese Zeiten. Von wo? Ich nicht. Von wo? Oh lol! Er ist hier. Oh. Hab' ihn? Ich hab' ihn. Nur noch da drauf, ne? Ey, lass' mich doch hier nicht! Ich hab' ihn auf! Hallo Julian, hast du das Munition? So griff. Danke. Leucherschüsse? Ja, ich esse. Ich esse. Ich esse. Wo? Oh lol! Ich hab' einen ausgenockt. Ich hab' einen ausgenockt, boys. Gut. Einer 33er. Er kommt. Warum krieg' ich eigentlich immer so'n Fotenett-Shot, ey? Er will mich finishen. Hab' ihn. Oh. Hat sonst jemand jetzt Munition von den Drecksäcken aufgesammelt? Wie war's? Für die Schrott! Ich will da nix. Für die Schrott! Für die Schrott! Wir haben jetzt schon neun Kills, boys. Schon ne geile Runde, jetzt schon. Nein. Wir müssen aber noch weiterkommen. Oh, ich hab' null Kills. Ich hab' dann gedacht, wir wär' fünf Kills. Ich? Okay, ich hab' auch bisschen abgestopft. Hat mal wieder alles abgestopft? Nein, nicht alles. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ich hab' den Typ noch grad' einen 14er-Hit gegeben, ja? Wär' mein Kill gewesen. Oh, werd' ich angeschrien. Oh, Leute, müssen wir weitrennen. Wir können weiterrennen, meine Freunde. Oh, ich hab' blaue Sturmgewehr, blaue Burst. Wir müssen das... E-Pishit. Blaue Sturmgewehr, blaue Heavy Shot, äh, Epic Heavy Shotgun. Ich auch. Oh, Leute! Kommt! Einer, kommt! Einer über uns! Hab' ihn. Fünf weit. Luis, der wär' meiner gewesen, die Sau. Nein, der war' nicht deiner. Alles meins. Von um! Von um! Achtung! Eier! A230er! 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 ми aim! Wo ist der Hon? H-Z Okay! H-Z Nice, Alter! Danke! Ich hab' so... Ich hab soen Farm... Ich hab' soかな, ey. Gold, ne Heavy Shotgun. Hierd' ich hab' mir! Ja, bei mir, bei mir! Richtig Silent! Nein, bitte komm' wir müssen zur Max. Ich hab' ganz viel Holz. wo sind die der falle platziert der zone leute er haben wir sie alle todler von denen er ist noch ein oder da ist hast du ich habe 52 erstmals ohne ich habe noch 700 stein und das bekommt keiner ich komme auch vorne aber der was sollen wir da oben so die ganze Ich fahre noch die Gäste. Läufer! Hinter uns! Hinter uns! Einer hat einen Headshot. Einen weißen. Ah, Entschuldigung. Wir werden auch noch von woanders geschnallt. Wir müssen pushen eigentlich. Keine Ahnung, ich muss nicht schielen. Ja, lass hin. Bei dir, Max, fahre ich links, baut auch noch einer hoch. Achtung, Falle. Falle irgendwo. Ich weiß nicht. Achtung, irgendwo ist eine Falle. Ja, hier ist die Falle. Hier ist die Falle. Schieß ab. Junge, der hat Auge gemacht. Hier unten drin. Fuck, ich bin runtergefallen. Hast ihn? Nice. Da kommt die wieder. Das ist eine V2-Rakete. Ich schieß eine V2. Vorbein. 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 Ich hab ne Minigun und ne Tumper. Will einer eins haben. Ja, die feiten. Die feiten gegeneinander. Hallo, will einer ne Minigun haben? Nein, danke. Gibt sich nur das ganz schön. Oh, lol, wir werden besnipet alle. Naja. Auch ein bisschen hier safe. Ja, Max. Das sind immer die Letzten, Alter. Das ist richtig traurig. Lob. Oh mein Gott, Alter. Das ist schon ein Pfarrlenkrakete. Das ist weiter. Nein, die Pfarrlenkrakete. Haben die sie? Oh Mann, ey. Ich hab dir doch die ganze Zeit Hits gedrückt. Ja, Jungs. Nach der Runde bin ich eh auf. Aber die Runde ist schon geil. Sollen die pushen, die pushen. Hey. Fuck, sie pushen, boys. Au. Ey, was gibt der denn mal wieder für Hits die ganze Zeit? Oh no. Fuck. Der ist hier. Der fliegt wohl hier. Der ist so low, der Typ. Ab hier. Oh, fuck. Nein. What? Hinter, rechts, 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 rechts. Julian. Oh, oh mein. Oh, oh, oh. Alles klar. Und damit verabschiede ich mich von dieser krasse Runde. Die war wirklich krass. Wir haben einfach 15 Kills, glaube ich. Ja, 15 Kills, Alter. Fuck. Die waren dann. Und ja. Lasst ein Like da und Abo. Schaut bei dem lieben Dispector vorbei. Und haut da rein. Tschüss.